So, jetzt geht's los ans Eingemachte und wieder geht's los 2011. Die erste Fahrt ist hier, Toni. Wo geht's denn hin? Wo geht's denn hin? Um die Ecke rum? Sibirien. Sieht schon so aus, Sibirien. Neugebörter Bahnhof, also wir stehen hier in Riesa, in Riesa. Loch, das wird euch hier bleiben. Riesa-Aulee. Vor mir schon? Oh, blöbe. Woran siehst du das? In die bewegenden Bilder. Mhm. Toni, wo geht's denn eigentlich hin heute bei der Fahrt? Ich hab das schon wieder vergessen. Nach Dresden oder Bad Schandau? Elbsandstein-Gebirge. Wir fahren jetzt ins Elbsandstein-Gebirge in Zutte-Bastei. Das ist eine große Felsen-Landschaft. Da klimmen wir dann die Berge und dann zeigen wir euch, wie das funktioniert. Wie der Toni dann schwitzt. Wir haben auch schon Spray mit. Achselschweiß-Spray. Desinfektionsmittel haben wir auch mit, ja. Das habe ich schon benutzt. Weißt du für was? Wir fahren in den Böhmerwald. Vergiss es. So, jetzt sind wir hier in Wellen ausgestiegen in der Stadt. Und jetzt suchen wir die Bahnhofstraße, um dann irgendwie zu Bastei zu kommen. Ist das nicht eine wunderschöne Stadt? Da steht's. Heiko, ich hab den Weg gefunden. Ja, wo denn? Komm, wir müssen wir jetzt hier hoch. Müssen wir jetzt hier hoch? Toni, nicht! Kannst du nicht hier hochladen? Das ist gebrochene Straße. Das ist das. So, und jetzt sind wir hier immer noch in Wellen auf der anderen Seite. Jetzt haben wir gerade übergesetzt mit der Fähre. Und zwar steht die dort. somebody. Naja. Und zwar? Na ja. Na ja. Na ja. Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Und zwar in Weig. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Das ist der Heiko, der haut ab von mir, weil ich ihn Pups gelassen habe. Mit dem zweiten sieht man es besser. Schöner Arsch. Ich muss mal an das Licht einstellen. Und siehst du schon das Ziel? Gibt es da oben was zu essen? Nein, doch nicht. Was brauchst du? Ein paar Zweige von der Oma, die hole ich mir hier. Ach die dann? Ich halte dich fest. Wir haben die Beile. Beile, du lässt es los. Schön, ne? Ich werde mal gucken können. Das ist wählen. Huuu. Da reizen wir schon die Kampfe. Siehst du irgendjemanden? Den du kennst? Huuu. Da oben und oben. Ich übel es auf dem Berg. Ich glumbe es mit den Fahrrädern. Und da oben sogar eine Straße. Kannst du mit dem Auto lang fahren. Schön. Schön. Da ist das, wenn die Lampen fahren. Ich hab das gar nicht bauen. So, wir sind jetzt hier oben in der Waldkastelle. Zum steinernen Tisch. Die Höhenangaben hab ich jetzt nicht. Aber zumindestens haben wir ganz schön geschnitzt. Ja. Und jetzt geht es da Richtung weiter hier. In die Bastai. Und da gucken wir mal was ab. Sehr viele Wandergäste heute, muss ich sagen. Da kommst du in die nächsten. Oh, jetzt wird er mal freund. Bähiertel. Bähiertel. Oh, oh. Oh, das ist es schlecht. Oh, oh. Ja, das ist eine Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kann sie richtig runter gucken Kannst du da? Ist richtig trübe hier Das ist gleich der Linelstein, der große da Aber es geht, das ist der Linelstein Das wird aber noch klarer verhalten Das war drauf Rausschneiden Kannst vergessen Jetzt tun wir mal die Preise mit annehmen Hier ist leider, leider noch nicht offen Wir sitzen also hier vor einer leeren Gaststelle Hatten schon 20 Euro bereit fürs Mittagessen Aber irgendwie Die wollen unser Geld nicht haben Wollen die unser Geld nicht haben So, jetzt sind wir direkt hier oben Aber die Brücken haben wir noch nie gesehen Die gehen gleich los Das geht ja eigentlich ums Wandern Du kannst das ruhig filmen sein Das geht ja eigentlich ums Wandern, Toni Hä? Da kann man uns ja nicht zwei Stunden hier oben hinsetzen Und nur ans Fressen denken Wissen Sie, was ich mir immer machen kann? Ich���laufe Prсяч Der Linel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020